So, willkommen zurück zu Let's Play Avatar von dem Film. Ich wollte eigentlich fortfahren. Ja, genau. Und jetzt werde ich bei Steam angeschrieben. So muss es sein. Ich habe die Grafik ein bisschen nach oben gestellt. Ich werde jetzt mal gucken, ob das soweit funktioniert. Hier sind wir jetzt schon in einem Avatar. Und ich werde jetzt mal gucken, ob das jetzt soweit funktioniert. Na ja, wir werden jetzt mal gucken. Ich werde so und ich nehme wieder auf und habe die Grafik wieder runtergestellt. Und ich gerade schon gemerkt, ob das Fraps-Teil ziemlich kackt, weil mein Pizze einfach so schlecht ist. Wir müssen jetzt einfach in der Grafik kleben. Dann nehme ich auch, ich glaube, nur Halftime auf. Das ist jetzt ein kürzerer Part. Das habe ich jetzt auch gerade keinen Bock, jetzt mit Fraps-Teil zu ändern. Oh, ich muss auch mal Turnfunk spielen. Ich habe den In-Game-Sound nicht unbedingt leiser gestellt, aber ich habe mein Mikro, glaube ich, ein bisschen lauter gestellt, weil ich bei der letzten Aufnahme doch schon... Was läuft jetzt? Was sieht jetzt ab? Oder nee, ne? Ach, ich melde dich gleich. Ähm, ja, dann habe ich jetzt mein Mikrofon ein bisschen lauter gestellt und versuche jetzt auch ein bisschen deutlicher zu reden und habe es jetzt mal ein bisschen weiter weg vom Mund genommen, damit vielleicht nicht diese ganzen Rückkampelungen kommen. Das Gute ist ja, die greifen mich auch nicht mehr an, aber wenn ich sie angreife... Okay, da steht es auch dann. Man sollte die Tiere nicht angreifen. Und hier haben wir eine Zeltprobe. Ach, komm. Wenn die mich angreifen, dann darf ich sie wohl auch angreifen. Ah. Ah. Oh, Mann. Also, ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen deutlicher immer zu sprechen. Ja. Ich werde bei der nächsten Aufnahme mal schauen, ob ich das nicht in Frühlingsaufnahme aufnehme. Oder ich werde jetzt einfach mal gucken. Ich werde gleich weiter hier machen. Oh, warte mal. Was muss ich jetzt noch schnell mal mit reinpacken? Ich bin gerade hier am abkacken. Und ich glaube, ich kann mich irgendwie mit zwei heilen. Boah. Ich töte die jetzt immer schnell und danach... ...dann werde ich aber erst mal... Oh, Mann. Schnell heilen. Ich muss mich wieder heilen, ey. Oh, danke schön. Jetzt kommt noch mal her. Ich werde das gleich dann auch fulltime... ...full... ...fullpart stellen. Ich habe jetzt auch eine größere Festplatte, wo wir das alles drauf speichern. Ich habe jetzt eine gemeinsame Festplatte, also ich und der andere. Und mein Kumpel, die mal hier Let's Plays auch zusammen. Und das auch von ihm werden Let's Plays kommen. Und ich glaube, ich habe jetzt alle erst mal erledigt, soweit. Ich werde jetzt jetzt mal kurz umstellen. Mal schauen, wie das jetzt vonstatten geht. Also von der Fraps-Zahl singt es nicht mal schauen. Es werden größere Dateien, glaube ich, auch nur. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier meine Zellprobe. Und noch irgendwas. Ach, hier, diese... Ach, warum denn? Ich tue euch doch schon nichts mehr. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Oh, man. Wissen, ey, ich kann Bock auf mehr auf euch. Okay, weil sowas ist normal, das schluss abkackt. Ach, komm, jetzt geht's sterben. Ah, man. Hey, jetzt war ich wirklich schon erstmal heilen. So, machen wir die jetzt. Also, tritt mich richtig auf mit diesen dreckigen Hunden. Ah, ich hoffe, jetzt die Qualität wird jetzt besser. Endlich. Auf jeden Fall, dass das klappt. Das Video wäre ja auch noch nicht heute noch hochladen. Ich habe heute, glaube ich, nur ein Fahrt, das ist mir hochgeladen. Fahrt 3 habe ich heute hochgeladen. So, die war fahrt unendlich. Und da bräuchte ich aber nichts nachladen. So, hier könnt ich zwar, da bringt es eh nichts. Ich glaube, ich glaube, ich kann mal eine Energie. So, jetzt muss ich hier noch die holen. So. Und dann holen wir uns die noch. Springen immer dahin. So, Ziel erreicht, jetzt gehen wir wieder zurück. So, hier einmal. Oh, ich schaue bei allen vorbei, wenn ich nur soll. Nur Hauptsache, die Hunde lassen mir irgendwann mal in Ruhe. Ich habe dir noch nichts getan. Ich dachte, ich darf die abwadern. Oder ich wollte euch das... Natürlich dachte ich nicht, dass wir die abwadern können. Ich wusste das natürlich. Ich wollte es euch einfach nur mal demonstrieren. Ja, hier ist ein Pferd. Oder... Ja, irgendeine Gestalt. Das ist ein bisschen schwieriger, aber es muss separat die Maus bewegen dazu. Dass man da die richtige Ansicht dahin hat. Und ich werde gerade, ich werde schon wieder zu leise. Und deswegen werde ich jetzt erstmal wieder lauter sprechen. Noch greifen mich die... Äh, ich erzähle lieber nichts. Zum Spiel soweit. Dann komm mal rauf jetzt hier. Ach, ist mir egal, wenn die jetzt angegriffen werden. Ich... Soll nichts zu tun, ich kann hier auch springen. Hm. Hm. Dann stelle ich mir direkt mal hier hin. Ja, oder so. Das haben Sie gut gemacht, Rider. Ich hatte meine Zweifel, aber anscheinend sind Sie doch ganz in Ordnung. Danke. Ich bin Tanjala. Ich habe dich erwartet. Okay. Komme ich jetzt in das Reich schon von denen? Das wäre ganz cool, dann kriegen wir nämlich ein paar Waffen. Wohl, erstmal noch nicht. Na, schauen. Gehen wir mal zu ihm hin und fragen immer, was hat er denn... Was hat er auf dem Herzen? Ah. Boah, hier sterben so viele Tiere. Das ist auch normal. Na, Tanjala, was hat er auf dem Herzen? Erzähl es mir. Heute musst du helfen, die von Krankheit befallenen Tiere von den Herden zu entfernen. Das Himmelsvolk macht unsere Tiere krank. Oh. Wo hast du Deutsch gelernt? Nicht gut. René Harper lehrt uns seit vielen Jahren eure Worte. Er ist ein guter Lehrer. Er sagt, dass du hilfst. Geh. Ja, okay, ich helfe. Gerne. Ich bin einer, der gerne hilft. Sehr sozialkompetent und so weiter. Ich glaube ja, ich nehme ein Pferd. Und warte ich eine Runde ab. Aha. So. Wo ist mein Pferd? Obwohl, so komme ich auch schnell genug. Einmal hier schnell laufen, eine Runde. Muss ich einfach mal rumballern. Das macht doch Spaß, diese Blumenzucker. Äh, was soll ich jetzt mit dem machen? Soll ich das töten? Ah! Ah! Sag doch mal früher, dass ich das töten soll. Ich dachte, ich soll keine Tüten mehr greifen, so. Ja, es war krank, okay. Naja, fall um. Tschüss. Äh, wo ist jetzt unser anderes dickes Ding? Damals, ja. Einfach mal Dauerfeuer abenteuer. Nein, du raust mich nicht um. Nein. So. Ich helfe ja nur. Ich helfe ja nur. Ich helfe mir dahin erstmal die Zeitprobe und saballer die hier, weil das so lustig aussieht. Ach komm. Krieg jetzt Ärger, weil ich es bin. Saballer. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich jetzt schon wieder auf. Naja. Vielleicht wird es einen Konzentrat geben oder so. Neh ich mal 20 Minuten irgendwie auf oder so. Äh, ja schön. Oh. Ich gehe jetzt eine Runde zu Falco. Aber erstmal ballere ich die Flüge ab. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Hör mal, kriege ich auch andere Waffen wieder. Dann habe ich mal andere, außer diese... Unendlich Ballerwaffe. Ja, das sind... Das sind hier... Umweltbewusste Menschen. Ja, toll, da muss ich jetzt aber lang. Da muss ich jetzt hier so einen Außenweg lang gehen oder was. Na, ich lauf mal lieber. Ich habe keinen Bock auf Hunde. Oder Wölfe oder whatever das ist. Und ehrlich, also, wenn ihr hier auch nur zu willig auf das Video klickt. Wenn ihr es gut findet, bitte promotet uns. Also, wir haben wirklich wenig Klicks. Aber gut, das ist auch erstmal so klar, dass wir erstmal wenig Klicks haben. Aber ich würde euch echt beten, dass wir vielleicht ein bisschen mehr kriegen. Naja, jetzt machen wir weiter. Juhu. So. Erstmal noch einen rumballern und dann gehen wir hier weg. Aus diesem narzisstischen Volk. Die Menschen. Ich denke, mit diesem Auftrag werden wir jetzt noch mal eh liegen. Ich habe das letztes Mal auf jeden Fall den Fehler gemacht. Mit einem Auftrag meine Aufnahme zu beenden. Das war nicht unbedingt schlau. Naja. Das ist ja noch nicht hochgeladen, das Video. Dann kann ich ja das damit hochladen. Mit dem jetzt Part. Und dann dem nächsten Part und so weiter und so fort. Also, es wird schon fast... Ja, komm hier. Ich muss die abballern, weil die mich sonst... ...angreifen. Ah, ich greife mich doch an. Also, geht weg. So. Hier oben... Äh, ja. Wie, da hätte ich im Pfad folgen. Okay. Dann rennen wir mal eine Runde. Und ich muss wieder deutlicher sprechen. Mensch, das muss ich mir unbedingt noch angewöhnen. Aber gut, ich habe auch erst angefangen zu... Oh nein, da will ich nicht hinballern. Aber ich habe auch erst angefangen zu let's playen. Und ich brauche wahrscheinlich auch noch ein bisschen, um das alles zu lernen. Wie ne, was man das fährt hier. Was kann gerne angegriffen werden? Nein, ich mag es nicht, wenn tierisch sterben, Harry Potter. Ja, ich gucke gerade der Jartanger so ein bisschen nebenbei. Ohne Ton. Ja. Jetzt hier diese coolen Bäume. Ja, die ziehen sich ein. Ach so kann man schnell. Ach so. Ach so. Sag das doch. Okay, habe ich das auch wieder rausgefunden. Dann reiten wir jetzt mal schnell dahin. Wir sind echt viel schneller. Oh man. Wir sind echt viel schneller, als wenn wir... Ähm, ja. Als wenn wir zu Fuß gehen. Und jetzt sind wir hier. Und haben einen Baum. Ja, genau. Jetzt reiten wir durch Bäume, die verschwinden und steigen ab. Juhu. Ziel erreicht. Jetzt muss ich mal zu ihm gehen und ihn wird fragen. Naja, er fragt mich, was okay. Sie sind's. Sie sind der Spion. Deshalb sind Sie also hier? Finde den Spion. Es ist vollbracht. Ich bin der Spion. Sehr gut, Trider. Hier riecht es nach Beförderung. Ist Ihnen überhaupt klar, was Sie da tun? Überraschende Wendung. Sie reden Sie über, was Sie tun. Kommt Ihnen das hier bekannt vor? Moment. Das... Ja. Ja.